Hallo, hier im Bruckner Haus haben sich die Reihen schon etwas gelichtet, übrig geblieben sind wie immer nur die unentwegten. Und bei mir hier ist jetzt Aline Schloss. Hallo Aline. Sie ist Performance-Künstlerin und lebt in New York und wenn man ihre Arbeit beschreiben würde, möchte ich sagen, sie macht Alphabetgedichte. Das Material, mit dem sie arbeitet, ist Sprache, im engeren Sinn das Alphabet. Aber sie ist nicht als Performance-Künstlerin zur Arse-Elektronika 1990 gekommen, sondern um eine Dokumentation zu machen über das Festival für das Public-TV in den Vereinigten Staaten. Und dabei ist Aline natürlich mitten ins Thema von Arse-Elektronika 1990 geraten in digitale Träume und virtuelle Welten. Und sie hat darauf reagiert und zwar als Performance-Künstlerin und das von A bis Z. Hello Aline, what about Pre-Arse-Elektronika? Was hältst du von Pre-Arse-Elektronika? Awards Boost, Computer Desk Experts, Fields Generate, Fields Generate, Fields Generate, Fields Generate Honorary Interactive Juries, Kruger Leaps, Moore's Mika, ORF-Prize-Questani-Sasso, Trends-Upper-Vector-Win-X21-Year-Zu90. Aline, Thinking About Thinking. Das Denken über das Denken. Thinking about thinking. Advanced basic cerebral discs embrace fractal graphics. Human Intermedia. Japan's Kyber-Logo-Machines Network Ortho-Pops. Quarky Radicals, Synapse-Theories. Unter Visualization wraps extra youth Zen. Aline, what about your thoughts on Cyberspace? Artificial brain cell data electronically fuses Gibsonian harmonies. Interfacing Juran's Kunst. Landestudio models NASA's original polygonal quartz reflections. Synchrotopics unthink. Verbum Windows. Exxon Yo Zero. Kannst du mir von A bis Z sagen, was du vom Symposium der Ars Electronica 1990 hältst? The Enlarged Symposium. Ars brought cybernetic digitally equipped forums. Geometric historical images joined Kepler's Linzer mathematics. Numeric optics, numeric optics, yes, numeric optics produced quantum research, Symposium TV, United Virtual World's X-Ray Yesterday's Zeitgeist. Hey, thank you Aline. Vielen Dank Aline. Hey, hey, hey. Now we are coming over to the more torture part for you, to the interview. Jetzt kommen wir zum Interview. Ich weiss, du magst keine Interviews, aber wir werden versuchen, eines zu führen. Aline, du arbeitest mit Sprache, mit dem Alphabet, mit Buchstaben. Sag mir, wie siehst du den Zusammenhang mit der Computertechnologie, mit der virtuellen Realität? Ich arbeite mit dem Alphabet und beim Alphabet geht es um Sprache und Kommunikation. Und die Computer und die virtuellen Welten sind auch neue Möglichkeiten der Behandlung von Sprache und Kommunikation. Aline, du hast in den letzten Jahren deine Tätigkeit erweitert. Du bist jetzt auch im Fernsehen tätig und du machst auch eine Dokumentation über die Ars Electronica 1990 mit diesem Gerät. Eine ganze Woche lang bist du herumgelaufen mit dieser Kamera. Was wird daraus entstehen? Das ist eine gute Frage. Ich mache mit Nick Williams eine Dokumentation über Ars Electronica, die verschiedenen Veranstaltungen, das Symposium. Besonders aber möchte ich etwas sagen über virtuelle Welten. Ich glaube, wir machen eine sehr gute künstlerische Dokumentation über Ars Electronica und Österreich. Die letzte Videoarbeit, die du gemacht hast, war Sunday's Away. Worum ging es da? Das war eine Dokumentage über die westlichen Regionen der Vereinigten Staaten von Amerika. Da habe ich gearbeitet mit Leuten, die verschiedene Dialekte sprechen und ich habe auch die Natur gezeigt. Ja, meine Damen und Herren, immer einen Vorgeschmack darauf zu geben, wie die Ars Electronica Dokumentation aus der Sicht von Aline Schloss ausschauen wird. Jetzt ein kurzer Ausschnitt aus Sunday's Away. Ich bin in New York City, Manhattan und bin in New York City und bin in New York City. Tennessee, Arkansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona, Utah, Nevada, California, und Florida. Miami, Key Lago, Nashville, Memphis, Graceland, Hot Springs, Tahlequah, Hebener, Amarillo, Hereford, Santa Fe, Flagstaff, Salt Lake, Las Vegas, San Francisco, L.A. Ozark Hill Country. Western Heritage. Symbols of Survival. Life is plakery. It takes studs to build houses. A National Geographic. With natural worlds. Alligators, turtles, dolphins, bees, spiders, ducks, birds, cows, fish, walrus, seahorse, monkeys, tigers, zebras. Seahorse, monkeys, tigers, zebras. And I want to thank you for coming by. Enjoyed having you all the way to New York. People, for example. Hello. Yaate. Ya. Word images that we eat with our eyes and ears. We don't sell bear here on a Sunday because it's a dry county. Eat my words. Food hell. Eat your words. Language is made out of the alphabet letters, which are, as we can call them, the ingredients out of which we make our recipes of language. My name is Tony Price, and I live here in Santa Fe, New Mexico. All this art here is sculptures made from nuclear salvage from the Atomic Energy Commission. This is a piece called Atomic Balls. My name is Elva, and I live in Amarillo, and I've lived here for about 30 years. To us, a cowgirl is either a rodeo woman, it is a woman who participates in ranch work, or a trick rider, or a trick rober. Some people, some people. Have you ever been humiliated by what you said? Not only that, but my words are coming back to haunt me. I've answered every question about those facts. My words come back. I don't recall. Not recall. As real objects. Take this on the nose, as it were. Trying to kill me. As I remember it. How many mouths do I have? Nothing much surprises you after that point. We begin to see and experience and hear the world in a totally different way. Signs of the times. Word images we wear. Boy, we just had the best visit. I didn't know him from Adam, but boy, we had a good visit. Atte Logo, the original party hound, gotcha, Newport Blue, world class, run DMC, surf, air, chillin' out, Spuds McKenzie. Art Gunning of Madness, USA. He says, can I kiss you? Well, I said, well, I guess so. And boy, howdy, that emerged into quite something. I left New York City, Manhattan, and went to Tennessee, Arkansas, Oklahoma, Texas, New York, Arizona, New York, California, Florida, Miami, Key Largo, Nashville, New York, Florida. I've really wanted to come to New York. Santa Fe, San Francisco, LA. Oh, I know. Oh, I know. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020